Noch ist alles ruhig, aber auf diesem Gelände geht vom 17. bis zum 20. September wieder vier Tage lang die Post ab. Im Hintergrund sind die Vorbereitungen aber schon voll im Gange. Ja, hier steht das Bockbierfest wieder an. Es ist ein super Fest und sicher eines der größten Feste in Vorarlberg. Wir rechnen mit 20.000 Besuchern. Das ist doch sehr üppig und entsprechend sind wir auch gefordert. Wir haben ein ausgezeichnetes Programm vorbereitet. Wir stehen jetzt schon am Festplatz. Wir stecken mitten drin. Es fängt schon langsam an zu kribbeln. Und wir werden jedenfalls starten am Donnerstag mit dem Clubbing. Am Freitag haben wir den Bockbieranstich mit ungefähr 2000 geladenen Gästen. Am Samstag haben wir die große Bockbierparty und am Sonntag haben wir den Frühschoppen, der Umzug und vor allem auch die Verlosung von unserem lässigen Bus. Wie jedes Jahr findet in diesem Jahr auch vorab schon ein fast verrücktes Gewinnspiel statt. Wir haben uns auf die Suche gemacht, wie er eigentlich hinter dem größten Gewinnspiel und diesen Ideen steckt. Wir hätten da Oliver und Mario. Sie sind die Herren, die fürs Marketing bei der Brauerei Frastanz zuständig sind. Letztes Jahr gab es einen Traktor zu gewinnen. Was es in diesem Jahr zu gewinnen gibt, werden sie uns sicherlich gleich erzählen. Ja, zum Gewinner gibt es hier das lässige Partymobil, den VW-Bus T2, Baujahr 1974. Mit vielen Extras, Party Extras ausgestattet. Ein richtiges Partymobil. Das Ding macht Spaß, wie man sieht. Macht wirklich Spaß zum Fahrer. Wir haben einen Kühlschrank hinten, wo man kühlige Tränke mitführen kann, für nach dem Besuch am Backersee oder wo immer die Reise hingeht. Wir haben eine Liegefläche im Bus hinten. Wir haben eine Markise mit an Bord, wo man fein im Schatten draussen das Bier geniessen kann, nach der Fahrt. Don't drink and drive. Ganz wichtig. Was es noch zum Gewinner gibt, ist ein Jahresvorrat an Frastanz zur Bier. Ja, Mitspieler. Einer von den 200 glücklichen Gewinnern sieht ihr ein goldenes Ticket ergattern und dann sind wir dabei im Rennen um den toller Frastanzer Party Bus. Wir fragen uns, wie man überhaupt auf solch eine Idee kommt. Ja, wer schaut man auf so eine Idee? Das würden wir tatsächlich des Öfteren gefragt haben. Ich muss dazu sagen, dass das Frastanz, das Kleine nicht ganz unbeteiligt ist an dieser Sache. Weil meistens kann ich die Idee haben mit einem Vierabendbierchen. Mein kongenialer Partner, Mario aus dem Marketing und auch Kurt, unser Chef, wenn wir dann so beieinander sitzen, haben wir dann 100 Ideen. 99 kann man meistens verwerfen, aber die hundertste ist dann doch meistens, wo dann funktioniert. Und so war es eigentlich auch beim Wiesli. Ja, und bei dem Party Bus war es so mit Idee, dass wir dann gesagt haben, okay, die Idee ist geboren. Wie geht es jetzt weiter? Das ist dann eigentlich immer der schwierigste Part von dem Ganzen. Und wir haben aber mit dem Autohaus Kochen einen super toller Partner gefunden, der gleich auf unsere Idee aufgesprungen ist, der mit uns das umgesetzt hat. Er war auch der, der den Bus gesucht hat, gefunden hat, ihn so hergerichtet hat. Und ja, jetzt haben wir ein super tolles Party-Mobil, das irrsinnig viel Spaß macht und der Gewinner kann sich da jedenfalls darauf freuen. Da sind wir uns sicher. Um sich den Traum vom eigenen Bus erfüllen zu können, muss man natürlich beim Gewinnspiel mitspielen. Wie das geht, wird uns Mario jetzt erzählen. Also das Mitmachen an sich ist ganz einfach. Man braucht eigentlich noch eine Sache. Das ist das Kleine oder der Naturradler. Man darf das Ganze genießen und aufmachen. Und was wir natürlich aufbehalten sollten, ist das hier. Das ist nämlich das Los eventuell für das goldene Ticket. Es gibt insgesamt 200 goldene Tickets. Und die werden täglich verlost. Mit etwas Glück gewinnt man dann eins von den 200 goldene Tickets. Und wenn man mal so ein goldenes Ticket hat, ist die Chance relativ groß, dass man dann am 20. September, beim großen Bockbefest, den Bus ohne Wenn und Aber mit haben darf. Der Bus gehört dann auf Lebenszeit. Und ich wünsche dem Gewinner einfach sehr viel Spaß und mitmachen, fließig mitmachen. Es lohnt sich wirklich. Es ist ein geiles Mobil. Also ich gehe die Codes unter bierzahl.voll.at. Das geht via Handy oder Computer. Ganz wie jeder will. Man kann unter anderem insgesamt sechs Codes ziehen. Das ist alles ganz einfach. Und wenn man sich sonst informieren will über das Gewinnspiel, das kann man über Antenne, über Wann und Wo, über Woll.at. Da sind immer wieder Informationen und Bilder drin. Und wer es ganz tagaktuell haben will und ganz witzige Sachen haben will, der geht einfach auf www.frastranzer.at oder www.frastranzer.at So ein Bus kann jeder brauchen, um Bierkisten zu transportieren, um einfach eine Ausfahrt zu machen oder campen zu gehen. Ein Schmuckstück, welches Frauen- und Männerherzen höher schlagen lässt. Die Endverlosung findet dann direkt auf dem Bockbierfest am 20. September 2015 statt.